Hier schaust du gerne rein, Spiel und Spaß für groß und klein, komm entdeck in die Welt mit Roger und Tom. Mich gruselst in der Geisterbahn, doch ich will ganz allein mitfahren. Papa wartet draußen auf mich, wir fahren los, das Licht geht aus, Gespenster, Monster, Hexenhaus, Hilfe, wie komm ich hier wieder raus? Ja, ich bin mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Ich bin richtig mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Ich bin beim Zelten, es ist Nacht, auf einmal bin ich aufgewacht, ich muss jetzt dringend aufs Klo. Den Schlafsack weg, ich schleiche raus, ich zittere fest, halte es nicht mehr aus. Hilfe, auf was lass ich mich hier an? Ja, ich bin mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Ich bin richtig mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Ich bin wild, ich bin gefährlich, ich trau mir etwas zu. Papa, sag mal ehrlich, hast du denn niemals Angst? Na klar, mein Schatz, das kenn ich auch, so ein komisches Gefühl im Baum, doch mir macht das nichts aus. Ja, ich bin mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Ich bin mutig, ehrlich, unaufgefährlich, ich bin wild, ich trau mir etwas zu. Liebe Mama oder lieber Papa, dir und deinem Kind gefallen unsere Videos, dann wird es Zeit, dass wir uns mal in echt sehen. Am besten kommst du zu unseren Live-Events für die ganze Familie. Termine findest du unter www.rogerundtom.de Wir hoffen, dir hat das Video gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben oder deinen Kommentar. Magst du noch weitere Videos von Roger und Tom anschauen? Dann kannst du das gerne hier tun.